Also, ähm, unentschlossen in dem Sinne bin ich nicht. Ich mag dich schon sehr und alles. Das hab ich dir ja auch schon gesagt, das hab ich dir ja auch am Sonntag schon gesagt, dass ich eigentlich schon mehr Interesse auch an dir hätte und alles oder hab. Du misstraust mir. Ach, meine Liebe, ich misstraue der ganzen Welt. Und in Angesicht meiner Situation ist das, glaube ich, auch nicht wirklich ver... ja, verwerflich. Du kannst mir vertrauen. Ich vertraue jedem. Eine meiner größten Schwächen. Keine Weg verwirrt. Benutete Reparatur. Kapitän Winkler, bitte auf die Brücke. Einer, irgendwas wahnsinnig Schnelles ist auf dem Fernseher aufgetaucht. Zunächst mal, das ist überhaupt kein Fernsehen, sondern eine DVD. Ich hatte gehofft, in all diesen 20 Jahren oder noch länger, wo ich hier sitze, dass ich nicht enttarnt werde. Es hat niemand gemerkt bisher. Ich weiß auch, wie Psychologie funktioniert, Junge. Woher glaubst du denn das? Ich hab ein Hauptschirpfluss. Ich glaube, du hast so viel Kuh genossen. Ruhe. Die verfluchten Hohrensöhne hier. Von wem kommen denn diese Raumschiffe? Ich will herausfinden, von wem diese Raumschiffe kommen. Ähm, dann komm doch mal bei uns drauf. Wo sind denn diese Raumschiffe? Ähm, ja, auf den Fernseher. Ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Lukas. Das ist eine Ansage gegen Drachenmord. Du kriegst jetzt noch viel mehr wieder durch diese Aktion. Du komischi. Du kriegst jetzt noch viel mehr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020